Zucro mitnehmen. Und Schwein. Und hier machen wir auf, easy. So, wo seid ihr? Ähm, ich glaube die sind zu stark, die Geister. Die haben mich mal... Ja, Together haben die mich angegriffen. Das scheint, ja das ist eine... Ehm, Savanne. Extreme Hills ist hier. Extreme Hills Edge. Eine Ecke von... Extreme Hill. Genau das meine ich. Die haben einfach viel zu viel Le... Ehm, das ist 4 Schläge halten sie aus. Ehm, noch Extreme Hills. Und das ist Forest. Und das ist Forest. Wieder Extreme Hills. Und jetzt... Diese Wärme mal mitnehmen. Das ist wahrscheinlich der gleiche, oder? Ja. Teil gut. Wie wir schon haben. Macht nichts, wir nehmen mit. Ach, ohne Angst geht das gut. Hühner. Und das ist ein Black Bear ist wieder. Hühner. Und das sind Black Bear ist wieder. Hühner. Und da hat es eine Essenz. Da drüben hat es wieder Bishop. Ich sehe nicht welche. Kann ich zoomen. Kein Optifine drin. Also irgendwie funktioniert Optifine bei mir nicht. Bei Hexit. Ja, wir brauchen die Blätter nicht. So, ähm... Die Essenz nehmen wir natürlich mit. Das ist immer noch Extreme Hills. Sieht komisch aus. Sieht eher nach einer Savanne aus. Die Savannen sind noch ein bisschen dunkler. Von der Farbe her. Aber ich mag diese grossen Gebiete. Von grossen Biomen. Ah, das ist gar kein Busch. Das sind so Bäume. Aha, das ist gar kein Busch. Das sind so Bäume. Und hat es noch irgendwo entstanden? Hopseed Sapling. Zombie Kopf Chocopedia. Okay. Ja, wir haben vier. Ja, wir haben vier. Schauen wir mal auf diesen Hügel. Und ein Leck. Ah ja, aber... Kürbisse nehmen wir eigentlich. Kürbisse nehmen wir eigentlich. Kurz hätte das Essen. Und hier wieder runter. Hier noch ein paar Baumwolle mitnehmen. Die sind noch recht praktisch. Kann man Fetten herstellen. Die habe ich ja gepflanzt schon. Aber wir nehmen trotzdem ein paar Meter. Je mehr, desto besser. So, und hier ist da mal eine. Und wir haben... Diamanten gefunden. Diamanten! Ja, toll. Ja, toll. Ah, wir haben wir. Schon wieder voll. So, langsam brauchen wir echt mal... Eine Kuhfarm, damit wir Rucksäcke herstellen können. Ah ja, stimmt. Danke für die Erinnerung. So, diese Essence nehmen wir auch mit. Jut. Schweine, alles klar. Und Blueberry haben wir. Noch eine. Noch eine. Eine. Ist das der richtige Turm? Ist doch der da hinten. Ja, es ist der da hinten. Wo nicht sichtbar ist. Also, gehen wir. Jetzt ist es sichtbar gewesen. So, mal schauen, ob die Weizen und so ein bisschen weiter sind. Bäume sind noch nicht gewachsen. Ja, Weizen auch noch nicht so. Oh, ich muss hier unbedingt mal ein paar Bäume wegmachen. So. Das, das. Das, das. Das, das, das. Das, das, das. Die noch und die. Die noch und die. Die anderen Sachen. Hier. So. Eis, Merz. Da rein. Und. Pumpkins. Wie machen wir das am besten? Wir machen nochmal ein Loch hier. So. Bisschen ausleichten. Ähm. Die eine. Die eine. Die eine. Die eine. Sie. Links um. Sind gleich 8. So. Ähm. Jetzt könnten wir noch eine Axt herstellen. Und dann ein paar Bäume fällen. Ja, machen wir jetzt hier das Eisen. Von diesen Damen hier mal. Er ist einfach komplett im Weg. Dieser auch. Dieser. Dieser. Hektar. Der auch. So. So extrem gute Holzfälle. Ich kann einfach alle Bäume zerstückeln. Und plopp. Jetzt ist schon schön viel frei. Ähm. Wir haben. Angst. Wir haben müssen. Minen. Minen. Gehen wir meinen. Nimm das Zeugs noch rein. Nehmen wir ein bisschen Wasser mit. Für die Lava. Und gehen meinen. Ähm. Irgendwo. Ist da noch. Ja. Nehmen wir das. Ja. Ist nicht so gut. Wir können hier gleich mal ein bisschen umgestört. Ist das kein Problem. Soundfarmen, ohne die Entrührung kaputt zu machen. Dann machen wir zuerst das Wasser. Das ist irgendwie so stöpig. Da setzt der Stein hin. Ich nehme gerade den R-Block um hier zu machen. Ja, das fließt ab. Ich muss noch ein bisschen nütz tun. Auch abwärmen. Es gibt die Farbe. Jetzt brauchen wir eigentlich nicht viel Ritz drum. Oh, in der Hölle. Hallo. Hallo. Ach, ihr Leute. Keine Monster. HBF, easy. Natürlich nicht. Man kann es nicht automatisch machen. Man muss es machen. Schön Marmor mitnehmen. So. Na, ist hier jemand. Immer noch verlassen. Keine Action jetzt. Jetzt und hier. Hallo. Ich suche einen zum Kämpfen. Schauen. Das dachte ich schon. Ein Gegner schleicht sie von hinten an.